So, das ist jetzt hier unser dritter Wandertag. Es geht los und wir rechnen heute mit ein bisschen Regen, aber vielleicht haben wir auch Glück und kommen durch. So, jetzt sind wir hier voll in den Regen reingekommen. Was haben wir ja eigentlich auch erwartet. Meine kleine Kletter-Gämser. Sind das bei diesem Wetter? Ja, das ist er. Faszinierend. Ja, das ist schon wirklich cool. Faszinierend. Lass mich weiterlaufen, die Sonne kommt gerade mal durch. Ach komm, fäng ich wieder an. Du, Faszinierend. Komm mal richtig rein. Im Prinzip ist das ganz egal. Die Feuchtigkeit kommt von überall. Von außen, von innen. Sieht aus wie Vorpommern irgendwo. Oder Interpommern. Oder Interpommern. Was? Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja.